Jo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute dabei ist die Regina, meine Freundin. Und wir stellen euch heute 10 Fakten über WhatsApp vor. Viel Spaß! WhatsApp bekommt satte 800 Millionen Nutzer im Monat. Damit werden über 10 Milliarden Nachrichten sowie 400 Millionen Fotos am Tag versendet. Facebook hat rund um 42 Dollar für jeden einzelnen WhatsApp-Nutzern bezahlt. Der Kaufpreis war so hoch wie das Jahresbudget von der NASA. Über die Kamera-Funktion kann WhatsApp auf die GPS-Daten eines Nutzers zugreifen und somit ihren Standort ermitteln. Sämtliche Daten, die über WhatsApp verarbeitet werden, laufen unverschlüsselt über amerikanische Server. Auch wenn die App nicht aktiv ist, können Chats und Telefonate mitgeschnitten werden. Unglaubliche 45 Länder sind weniger wert als WhatsApp. Dazu zählen zum Beispiel Barbados, Malta, Island, Haiti, Tonga oder Syrien. WhatsApp hat keinen einzigen Cent für Werbung investiert. WhatsApp hat zweieinhalbmal so viele aktive Nutzer wie Twitter. Am Silvester 2013 wurden 54 Milliarden Nachrichten verschickt. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Checkt den Kanal ab. Link ist in der Beschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Freunde. Ade. Komm, lass uns rausgehen. Wir wollen die Welt sehen. wenn's euch da abonniert. لب 21�� Deine Off Niin, die Leute Z staat durch Schulf redundant. Sie sind einige Zahlen vom Besuch, dass die Welt siehst. Auf Ahmed. Vielen Dank.